wäre eine andere region aus us oder us oder aus weil ihr werdet ihr keinen leeren server kriegen und da waren gerade glaube ich zwei drei randoms einfach mache ich aus einfach aber kann ich jetzt nicht die nach liebe us das ist doch jetzt am tag bei denen ja und außerdem sehe ich da sind ein arschvoll avenger unterwegs gerade aber jetzt kann ich ja bei freeslide gar nicht die map aussehen das kannst du auch nicht im multiplayer ok leider gut dann so dann einmal heute dann haben wir dafür komplett durchs wollen box an hans möchte jemand ganz kurz in drei sätzen das event erklären wir geben uns auf die fresse mehrmals mehrmals last man standing ohne gnade gesagt dann mache ich selber wir sind die ogre pro citizen wir machen ein nur für spätere aufzeichen wir machen ein member of the month jeden monat das heißt wird ein event ausgetragen und der gewinner versteht die ich hallo 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 florian hat sich dafür entschieden dass wir die marie commander ein lassen ending machen das heißt jeder tritt gegen jeden an der attacks hat vorher ein kleines dogfight training gegeben die lust hatten und übrig bleibt hat gewonnen ich werde es nicht sein gehen wir einfach die proberunde oder geht es direkt los oder wie wir können sonst gerne einfach mit einer proberunde starten aber das irgendwie von knifflings denken wenn dann kann man sich wieder sammeln und dann geht es los oder so kann gar nicht scheuen was für gruppen basteln wir uns jetzt irgendwie zusammen jetzt über free flight multiplayer free flight in dem australischen server die anderen 34 leute jetzt dann kommen wir da automatisch rein oder yes hoffentlich mit ein bisschen glück attacks ganz kurze frage noch welches targeting hattest du mir letztes mal gesagt jetzt einfach wirklich alle gleichzeitig aufeinander oder oder wollen wir uns ich kann ich kann ich kann den gain noch ein bisschen runter drehen alles gut ist ja aber auch nervig wenn ihr das hört nebenbei ich war gerade auch noch in der neue runde und dachte da ist ja pink vom publikum fuck alter hier war das event aber hostile sind ist niemand weil die sind alle freundlich noch nicht die können auszeit werden das heißt ich kann sie aber erst anvisieren wenn sie auszeit sind weil ich jemand nicht hostile attacker musste glaube ich ja genau attacker war es sobald ich werde attacker oder du nimmst du das was halt quasi direkt unter oder gerade vor dir ist die option die gerade vor dir ist also an der an der pip oder so heißt das leuchtet mir doch irgendwie mehr ein weil ja das ist halt jetzt schwierig also ich habe attacker weil dann wie sie ich automatisch stehen an der mich gerade angreift der auf mich den druck aufbaut ja aber vielleicht willst du nicht gerade auf den gehen was ist wenn ich auf den anderen möchte dann muss ich umgreifen gut aber ich probiere es jetzt mal damit ja aber auch dann musst du halt umgreifen das ist nicht so geil möglichst alles auf den händen haben gar nicht erst alles komplett related habe ich ohne meine hand zu lösen gibt es gar ich kann ich kenne kinder ja genau und morgen ich kenne von den ständen ist da gibt es doch irgend so ein voice activischen tool gibt es auch bei genau gibt es auch was das ist da siehst du kannst auch mal sagen cycle attack auch kannst du auch eigene commands rein sprechen und es gibt verschiedene voice packs der anderen der astro sam ich habe da überall premium habe alles deaktiviert muss ich glaube ich alles installieren wäre lustig solange keins von knebel kommen ich möchte eins von komi haben ich höre ich hier knebel shaming ich habe mir noch was zu trinken ich war die ganze gemutet doch es gibt knebel bashing aber ich weiß nicht warum keine ahnung also ich kann zu seiner ich kann nicht viel sagen ich kenne nicht persönlich aber als creator mag ich weiß nicht warum ihr fliegt halt gerade ineinander das ist nicht sehr sinnvoll was ihr hier gerade macht ich gehe davon aus ihr tötet euch im prinzip nur durch die pure anwesenheit irgendein von euch ist gerade ein teil weggebrochen der gladius ein kleiner flügel aber der macht nicht er hat zur not einfach zu not einfach vorher mal in astroiden rein wenn es noch mal neu spawnen aber vielleicht nicht in der umgebung von anderen florian das ist bei dir gewesen bringt uns doch alle um und welcher hat das welche von den dingern hier sind wohl nicht hier hinten ach vom was hinten so wir sind jetzt wohl das map ich noch das kostete attacks ans und florian kannst f1 drücken ja ja davon rede ich gerade fehlt noch jemand fehlt noch jemand nicht dass die wüssten wenn sich keiner meldet machen wir eine einführungsrunde oder legen wir gleich los also ich würde sagen das wäre wahrscheinlich das einfachste wir fliegen irgendwie los knallen es ab zum test und wenn du tot bist bleibst du tot und wenn alle tot sind dann können wir alle gleichzeitig auf respawn drücken und dann geht es los vor einführungsrunde spiele ich mit ja das ist schneller geht wo ist noxtron wo ist angst vor noxtron habe ich angst äh respekt na quatsch du mit deinen drei monaten jetzt erfahrung ey ne ich hab heute keine ahnung sechs oder sieben glühwein mit schust eingeballert ich habe eher ein hocken es war nicht so leicht dass die doch bald den grundlagen durchzudrängen power management habe ich zum beispiel bis zum schluss vergessen und dann habe ich es mir eingefallen da war doch was da habe ich eh keine zeit für wenn ich da irgendjemand anvisieren will ist halt so ok wer gibt das kommando immer der wo fragt oder oder wir machen einfach attacks hockt sie in die mitte und sobald er sich selbst zerstört alle gegen attacks dann in der zweiten runde ja in der zweiten runde zerstöre ich mich selbst und dann geht es los und dann geht es los und jeder jeder stellt sich hier guck mal das sind so Tore an dieser station jeder stellt sich jetzt mit der nase zu so ein Tor wo sobald ihr steht was für jedes Tor die Hangar ach so ich weiß wirklich jeder an so ein Hangar oh gott das ist eine riesenstation also ich bin jetzt davor sagt wenn ihr auch davor steht denkt nochmal alle dran erstes Engagement immer Energie auf Schilde hab ich gar nicht erst konfiguriert ich such gerade einen der frei ist da hinten drüben sind noch viele frei andere Seite alter bei mir ist auch noch einer frei okay müssten acht sein oder theoretisch ich weiß es nicht okay wir sind sechs sechs leute ohne attacks ihr habt die Einführungsrunde mach ich mit ja ich hab Angst mit dem attacks Team auch keine Angst haben ihr verbündet euch hier gleich alle gegen mich ja alle aufs attacks okay ich hab ich schon anvisiert okay sitzen alle ja alles klar drei zwei eins go ach machen wir mit Raketen oder was gute Frage das haben wir nicht nicht geklärt das wie macht man mit dem Antimäsel das oh Junge der ist gerade ein free for all oder was ja jeder gegen jeden also kein richtiger dogfight gegeneinander sondern einfach ne das ist nur eine Einführungsrunde ja Runde eins alle auf attacks und danach nochmal ja wer mich beschießt fliegt aus der Orga das klar ist das klar ist ganz einfach jetzt lachen sie nur was hast du für ein Schiff ne blade ja ach attacks dein ernst du cheatest also okay alle auf den Watten wo ist er was wieso was cheat die wieso alter alter geht ihm gar nicht da ist er ja wir driften ja auch schon alle wieder ans Ende der Welt hier der Matrix ja oh Gott wer war das denn das sah cool aus einen hab ich erwischt oh ich hab mich selbst gekelziert ja das war geplant wo seid ihr denn alle ey so also gleich für den Kampf um sowas zu vermeiden dass es hier so arg auseinander driftet ihr nehmt mich alle ins Target und Distanz zu mir ja ich zähle auch runter Distanz zu mir ich bleib an der Mitte der Station zu stehen darf nicht mehr wie zehn ne sag mal ja das ist glaube ich schwierig wenn die Leute nicht mal Power Management können ja außerdem wenn wir dich im Target haben wie sollen wir Gegner im Target haben ihr könnt mich doch pinnen hä ja nein ok macht macht wir das Ding wir können dann retten da gibt es halt zwei Einzelkämpfer und so ein Shit tschüss tschüss ja oder ich hab mich schon gefreut was hast du hin ah irgendwas schießt auf mich voll jetzt hab ich ihn verloren voll jetzt hab ich ihn verloren ich glaub Partei äh Kung Li überlebt einfach am längsten dann weil ich das größte Schiff hab dafür treff ich halt nix irgendwie traut sich keiner an dich ran einfach am weitesten weg ah tschüss tschüss alter keine Chance auszuweichen wenn ich den Schub nach hinten ziehe und dazu booste ist das ähnlich wie die Space Break ne ja ja doch im Prinzip ist es die Space Break ich weiß es nicht ob du die Kappel ich fliegt halt so ultra schnell ich hab euch vorhin erklärt ja ja weniger ist da mehr fliegt halt mit 600 Metern pro Sekunde hier da ist die die Hittrack ist ist vernausch oh Junge out of position ich weiß nicht mal wo Position ist siehst du doch this way jetzt wird's dir angezeigt ja darf ich gar nicht rechtzeitig zurück nicht am Mist so ja gar nicht so ultra schnell fliegt ähm ramming zählt nicht als Kill ja und wenn jemand gegen Asteroid fliegt weil die Sicherheit da einfach noch nicht da ist und äh ja in dieser Map ist es echt scheiße ähm da fliegt man gerne mal in Asteroiden die man gar nicht erst gesehen hat richtig wenn ihr in ein Asteroid fliegt sieht man ja rechts ob ihr durch ein Schiff gekillt wurdet oder nicht dann respawnt ihr wieder Florian Finn ist immer noch am Leben ne Jungs ne oh jetzt hab ich mein Problem in der Stirn getackert Alter wo bist du denn Kungli? ja die Antwort ist ja komm Florian Finn ähm da Tch tsch 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 jungs glitscht aber ganz schon rum würde ich sagen fliegst du einfach ich? ja in sekündlichen takten Machst du mal kurz einen Turn. Für mich fliegst du ganz normal. So, ich wäre dann soweit. So, dann die, die nicht gestorben sind, killen sich jetzt mal. Okay. Gegen mir. Ja, ihr habt ja Schaden gekriegt. Wer war denn das jetzt? Was kostet die? Ja. Warum greifst du mich an? Ich bin ausgerutscht. Also, guckt aber, wenn ihr da vor den Dingern parkt, dass ihr so ein bisschen was seht. Ja. Ich bin hier. Ich zünde dann die Bombe, sobald alle wieder in Position sind. Sorry, Position heißt wieder vor die Hangars? Ja. So halt irgendwo in dem Bereich, dass ihr ruhig die Hangare halt als Anhaltspunkt nehmt. So, dass ihr mich seht, wie ich in die Luft fliege. Also, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's los. Ihr seht mich alle? Sie. Sie ist sie. Okay. Also, es war schon richtig, dich zuerst töten, richtig? Nee, ich bin... Okay. Ich bin der... Da oben bist du. Ich bin der, der euch gleich durch die Explosion signalisiert, wann's losgeht. Mhm. Und jetzt mit oder ohne Raketen? Also, prinzipiell würde ich euch empfehlen, ohne. Weil die Raketen sind, je nachdem, was für welche man verwendet, ja, broken, ne? Wenn ihr jetzt mit EMs anfangt zu ballern, ja, dann eher scheiße. Weil die kannst du gerne mal nicht wegflaren und kannst du auch nicht wegkriegen überhaupt, weil die gerne mal glitschen. Ich schieße meinen jetzt einfach raus, dass ich die gleich erkenne. So. Alle ready? Sie? Ja. 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 Okay. Ja, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wenn ich sterben sollte, liege ich wieder mit, aber film nur von außen. Wenn ich einmal tot bin, sage ich euch Bescheid, dann braucht ihr mich nicht mehr angreifen. Gut. Okay. Die anderen können sich dann einfach hier in der Station und wo parken. Also ich sage nicht mehr, es geht los. Achtet drauf, dass auf die Explosion. Ich habe bestimmt nicht gesungen. Da ist er weg. Ja, warum suche ich mir doch das größte Ziel jetzt raus. Ja, warum suche ich mir doch das größte Ziel jetzt raus? Ich habe es. Ich habe es. Die בסchenbe. Das ist auch noch eine Neum. Ich habe es. Das ist die Flügel. ohne power management ist das unmöglich es ist auf jeden fall schwieriger gab es shortcuts auf der tastatur für power management ja am blog glaube ich schilde f5 ist waffen f6 ist triebwerke wo junge was wo junge was alles klar get rotated oh das kann die cutlass also gar nicht ab ein triebwerk abgeschossen herzlichen glückens beim sterben schon morgen glaube ich schon jemand gestorben ja hans ein gegner ich bin quasi bewegungsunfähig die man die brit nicht mehr das ist ja irre notizen selbst keine cutlass mehr ich bin raus punkt an flo weiß ja nicht wirklich der punkt ist einfach afk wegzufahren als ich mich frag wo ist was kostet die ich bin in der flo aber das gehört ja dazu ich wurde im im gefecht verwundet und konnte mich nicht bewegen das ist teil des gefechts würde ich behaupten also war schon korrekt so ich habe versucht sich nicht weiter leiden zu lassen sehr ehrenhaft ich bin gerade auf snap jagd ja ich merke das ich habe direkt am anfang der runde habe ich komplett direkt rote hülle von dir bekommen ich bin halt sowas von raus und ich ich finde es total schwer hier drin zu fliegen ohne fixpunkte wer und auch mit den asteroiden ständig hat man das gefühl klatsch vor dagegen es ist was anderes das stimmt und ich das ding ist im vers wenn du irgendwo einen planeten hast finde ich es immer noch 30 mal einfacher zu fliegen als hier weil alles drum herum gleich aussieht ja das stimmt schon jetzt ein rennen zwischen viscosity finn und nox dran ich kann das nicht gewinnen ich habe keinen plan von nox dran hat er gleich der sack hat er gleich am anfang mich gefokust dafür dass du kein plan hast ja am anfang dann habe ich aber abgelassen dann habe ich hans gemacht da habe ich mein leben weil noch kurz den hans erledigt wieder auf dich zurück zu finden ja stimmt ja aber wir fliegt halt gerade alle ewig weit weg das stimmt so noch drin oder findet euch mal wieder wieder zusammen in der nähe von kumli wer weiß ich bin ja velocity florian und nox also ich bin ganz in der nähe von zwei anderen aber ich habe keine marke richtung kumli aber der kommt sehr schnell rein das sieht nur so aus ich hatte dich so gut wie gar nicht drin ich hab dich fast gar nicht beschossen weil ich nicht mal dazu kam er fliegt halt einfach nur weg ich versuche hat bei den beiden dran zu bleiben aber es ist nicht so leicht diesen ganzen leid fighters und dann bist du kannst respawnen ja ne das wäre unfair glaube ich ich war eigentlich schon komplett am rauchen am arsch war das wäre jetzt ziemlich unfair wenn ich mich jetzt einfach wieder reinsetze weil ich zu dumm war zu fliegen was kostet die nox von ihr entscheidet ist flo raus geflogen oder ist ja ja aber ich war eh schon am rauchen also das wäre es unfair wenn ich jetzt wieder mit full life reingehe ach ich glaube das wäre nicht unfair ich hätte das gebalanced glaubt mir ich hätte dich wieder zum rauchen gebracht ja komm mach mich kaputt aber noch so hat schon recht also in den dogfights versucht näher am gegner zu bleiben ihr tut euch keinen gefallen wenn ihr weit weg fliegt ja in der zeit wo ihr weit weg fliegt macht ihr noch wieder ein reset der schilder ist was ich habe keine waffen mehr ich habe aber überhaupt kein geschwindigkeitsgefühl also mein anzuladen nicht mehr nach ja warte warte dann kurz pause es kostet die waffen ausschalten kurz über ein hotkey oder über das menü und wieder einschalten ist das ein bug oder was ja manchmal laden die nicht und dann ein bisschen mit dem power management mal rumspielen bis sie nachladen wieder deine ballistics sind aber schon aufgebracht ne die sind aufgebraucht ja das war mir klar ich habe euch aber gesagt guckt dass ihr keine ballistics mit reinbringt das ist ein riesen nachteil vor allem wenn sowas du kriegst vielleicht sechs fights hin mit einem magazin der ballistics das war's und dann willst du mich mal scannen wir können weitermachen wenn ihr soweit seid ja klar eine eine frage noch hast du gebackstrafe health nox health 95,4 ich habe heute versucht dich zu erwähnen und sollte uns herum zu fliegen also ich habe nicht extra gebackstrafe nein okay weil ich habe dich nicht ich habe dich nicht einmal ins visier bekommen so weiter wir können gerne noch kämpfen ja das kostet die weiter mit noch es geht los ja gern ja mann da ist er da und Nox hatte noch volle Schilder. 93. Sehr gut. Ich hab immer noch etwas Schaden gemacht. Sehr schön. Es ist halt schwierig, wenn alle sich so aufteilen, dass man dann ein wirkliches Gruppenbattle hat. Heißt, Gewinner ist Noxtron, hab ich das richtig verstanden? Jupp. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Was machst du mit Raketen? Einfach so straight up nach oben ballern? Okay, ich wollte morgen Abend auch irgendein kleines Event machen. Ich hab nur leider keine Ahnung was. Dann würde ich doch anbieten, wer Lust hat morgen Abend. Lass uns sowas nochmal machen, aber im Verse über irgendeiner Oberfläche. Lass uns mal einen Vergleich haben, wie das ist mit Referenz zu einer Planetenoberfläche. Prima. Auf geht's. Wir können doch einfach ein Tau rein. Noxtron, du hast ne Saber, ne? Nutz die Saber oder ne... ne... Ja, können es selber. Defender. Das ist so typisch. Ist halt so. Das war ja frei, oder? 80 Blade. Oh Gott. Machen wir noch eine Runde? Ich muss... Ne, ich... Ich muss mir irgendwann mal Zeit nehmen und fliegen komplett wieder lernen. Also ich fühle mich gerade als ob ich noch nie einen Computer gesehen habe. mit den Dingern in der Hand. Huh. Außerdem muss ich nebenbei gerade noch ein wichtiges Geschenk vorbereiten. Was haltet ihr? mit dem Video von Never Gonna Give You Up vollgemacht ist. Und das Ding ist, also nur dieses Video und ich habe jedes einzelne Video, ich habe das erste Video. Eins und dann We Are. Und dann zwei No. Und dann habe ich die ganzen Lyrics durchgenommen. Also ein Ordner hat... Lustige Idee. Was hält die denn aus? Hat 342 Dateien, 342 Lieder, die die kompletten Lyrics von dem Lied widerspiegeln. Ich hoffe, du hast ein Skript dafür, das es gebaut hat. Nö. Was ist das denn? Das ist Zeit. Ja, ich kann nicht programmieren. Nö. Ich habe mir... Nee, das ging gar nicht mit mir. Ich habe nicht mal so lange gedauert. Ah, schon wieder. Das gibt es nicht. Also ein Triebwerk weg und diese Cutlass ist völlig nutzlos. Ja, das hat Drake so an sich. Die Buccini ist genauso. Wahnsinn. Ich habe versucht vor ihm ein Triebwerk von der Buccini wegzuschießen, aber dann hat er gesagt, er hat keine Waffen mehr. Das hängt alles zusammen. Ich habe gedacht erst, dass ich in den RAM-Modus gehen muss. Wahnsinn. Weißt du, was die Blade schlecht macht? Er ist nur eine Sache. Die Aussehen. Nein. Das hat... Das hat... Das hat... Du weißt nicht, was ist mit meinem Schiff los. Wieso? Du weißt es einfach nicht. Ja, weil alles rot ist. Du siehst nicht, ob irgendwas beschädigt ist. Du hast... Du hast kein... Keine Sicht drauf. Was passiert? Nur... Du hast keine Geschäfte. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Also ich... Ich muss jetzt einfach mal... Ich glaube ich heize die nächsten Tage mal über irgendwelche Planeten. dass sich die Steuerung so zu 5% reinbekommen. So ein Radar-Commander auch gut funktioniert, wenn man zwei große Schiffe besiedelt. Die Hammer-Heads und das ist gar nicht klappt. Nee, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht mit... Du kannst jetzt doch aussteigen. Du kannst aussteigen und rüber aussteigen. Ach ja, ja gut, ja. Ich habe dich 0-Head-Rack, Nox. Okay. Ich war gerade hinter dir. Ja, das ist halt schwierig. Also ich habe dieses Punkeln da, die Sparkles gesehen. Ja. Aber kein... Deswegen habe ich auch gegen Nox verloren. Nur deswegen. Nicht etwa, weil ich seit fast 5 Monaten nicht mehr Star Citizen aktiv gespielt habe. Nein, das war die Hitrich. Jetzt aber, ey. Da meint es aber einer ernst gerade. Man sieht nicht, wer einen anvisiert hat, ne? Ja doch, das mit dem Attacker ist es dann. Ja gut, aber in dem Moment, wo mich einer anvisiert, kriege ich das nirgends angezeigt. Wenn du es nicht durchsackelst, nicht, ne? Ja. Bravo. So, ich sage es nochmal als Schiff. Welche, ähm... Area hatten wir ausgewählt? Australien. Ich meine Region, sorry. Australien. All right. Da kann ich mit dem Hava Quad rein joinen. Ich weiß nicht. Kannst du es auswählen? Das war wieder Free Flight, ne? Gehabt. Yes. Oh Gott. Wir sind so schnell, ich habe keinerlei Hitrich mehr. Sorry, du hast was nicht? Hittreck. Die Schüsse registrieren nicht mehr. Alles, was über 400, 500 Meter die Sekunde ist. Da geht so viel ins Nirvana. So viel der Schüsse. Deswegen habe ich, fand ich, Noxtrons Kritik sehr angebracht, weil es ultra schwierig ist. Ich verstehe nicht. Da kannst du noch so gut sein, ja? Bei allem, was so über 500 Meter die Sekunde ist. Warte, wir können es hier mal präsentieren. Warte, Noxtron, wir fliegen mal jetzt sehr linear. Ich gehe jetzt mal voll Backstrafe und du fliegst auf mich zu. Wir hatten eine Carrick gespawnt. Hi. So, jetzt schieß mal auf mich. Wir sind jetzt ja schon gut schnell. Ja, klar. Du hast jetzt eigentlich volles Volley auf mich gedrückt. Das registrieren nur so vereinzelt ein paar Schüsse. Ja. Überhaupt mit der Distanz kommt es dann halt noch dazu. Ja. Ich brauche keine Waffen, wenn ich einfach Leute wegrammen kann. Der Carrick. Das Unverwunderte. Gut, du wärst zumindest im Finale gewesen, weil die kriegt keiner klein so auf die Schnelle. Deine lebt, was? Ich hatte nicht mehr Frontschilde. Wie macht man Anti-Missiles? Scheiße. J. Nee. Nee, G oder H oder so. Dann lädt man mehrere Raketen auf. Mit G. Wenn das das nicht jede kann? Doch, können alle. Außer du hast halt nicht mehr. Nur eine pro Typ halt. Ich nein. Also wenn er nur eine pro Typ hat. Ah, nur einmal drücken. Ich dachte gedrückt halten. Vollgas ins Ungewisse. Wir erkunden die non-unwendigen Weiten. Hallo. Hört mal vier Raketen verballert, weil ich ausgesehen, ob die Taste gedrückt habe. Sehr, sehr. Au. Also wieder ganz schön duster hier. Also Flo, du fliegst gleich aus der Map raus. Ich glaube, das ist sein Wille. Ich glaube, das ist dann einfach zurück, manchmal zu bremsen. Shield critical. Laden Raketen nach, wenn ich sterbe? Ja. Ja, sollten sie. Das ist wie es dunkel wird. Aber nochmal Dampf feiern. Dann hat es uns aber gesagt, wir spielen zu heute. Oh Gott. Wahrscheinlich. Der Hut dabei verliert halt auch. Alle haben im Feld gestorben. Mein guter, sehr verehrter Kung Li. Meine Raketen haben ihn nicht getötet. Aber genau so aus. Ich habe es auf dem Video. Ich bin ja noch an ihm vorbeigeflogen. Was sehen denn da meine müde Augen? Ein Tier oder meinesgleichen. Wie seid ihr denn alle? Komm zu Papa. Was? WTF? Das war ein Hardcore-Desync. Ich habe dich nicht gesehen. Also, du warst nicht in mir. Ich war weit vor dir. Ich habe nur eine Explosion gehört. Dachte ich, okay, irgendjemand ist in mir gekracht. Und dann bin ich auch explodiert. Bei mir auf dem Stream warst du halt bestimmt noch so 200 Meter entfernt von mir. Ich wollte jetzt von vorne dir einfach Blindfire alle Raketen reindrücken. Das Dumme bei der Carrack ist, man spawnt immer oben auf dem Teil und da kann man kein Power-Management machen. Ja. Jetzt spring ich schnell runter. Also, ich setze mich mal kurz einfach und lege mich hinten ins Bett und warte die Schüsse von euch ab. Bei Carrack. Machen wir jetzt Carrack gegen Carrack oder was? Aber kann das sein, dass die Carrack keine Anti-Missiles hat? Also, auf G und H passiert nichts. Ach doch, auf H. Selber meint. Ikoi. 24. Da steht's ja doch. Ich kann lesen. Hallo. Ich stelle uns einfach mit zwei Carracks gegeneinander und ramme uns ins Gesicht. Mal gucken, was wird. Uh, wie sie die ganzen da vorbei sind. Irgendwas kratzt an der Hülle. Ich weiß nicht was. Ja, da kitzelt irgendwas. Ja, die Schilder sind... Also passiert halt nichts. So, Carrack gegen Carrack. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Ich nehme auch Blatt. Das Feuer muss ja trotzdem entgekitzeln. Ich bin jetzt mit der Harbinger drin. Hm. Leider mit Standardbewaffnung. Du kannst doch nicht mein Schild schon kaputt machen, wenn ich die Carrack wegflexe. Ich nehme keine Munition. Alles komplett leer. Ja gut. Ist noch jemand bei dir im Schiff? Außer du? Nee. Bin, meine ich. Negativ. Okay, dann... Jetzt einmal kurz gerespawned. Ich werde gerespawned. Warum ist die 600i dann vorhin abgekackt, aber nicht die Carrack? Weiß ich nicht. Die 600i hat sehr wenig HP und Schild-Bugs derzeit und so. Warte mal, hast du gerade überlebt? Die wird ja mal noch neu geben. Nee, ich habe nicht überlebt. Aber vorhin, als ich die 600i weggerammt habe, habe ich die auch weggerammt und hatte voller Energie von Schilden vorne. Ja, Schilden haben ja beim Rammen nichts zu tun. Ähm. Autsch. Das ist einfachster Sinn. Hast du das überlebt? Ja. Mit Size 9? Ich habe keine Frontschulden mehr. Und meine... Da kannst du noch zu viel versuchen, Antikörper zu schmeißen. Wenn du da... Na. Gips. Oh. Ganz knappe Kiste. So bremst ich eigentlich nicht. Ja, du kannst mit der Eclipse... Also, wenn du gut bist, kannst du halt Raketen auftreffen, ohne sie aufzuschalten. aber schwierig gegen hast du dich gerade das habe ich ja ja das ok wie macht man denn die kappel das ist die frage der plan gerade wir versuchen die weltherrschaft an uns zu beweisen ich weiß nicht was ihr das macht aber ich spule jetzt einfach mal ein quantum antrieb wiedersehen was geht hier kann sich spulen aber nicht springen weil dann nichts kalibriert werden kann aber wie wird das in den neuen versionen dann wenn du diese kurzschwünge machen kannst hier das wird richtig geil ich hoffe die die lösen dann die spline jams ab und so kommt gleich aber das kommt noch nicht mit 3 18 nicht heute nicht jetzt zum teilen haben wir es gehört ja wenn ich wenn ich selber spreche dann hört ihr das und was redest du egal erzähl dir nichts man spielt ein schiffes buggy ist beschleunigt einfach dauerhaft und ich habe nicht den modus an das ist krass die hält wirklich nennt sei es neuen torpedor aus die karak ja wird theoretisch nicht überall hin glaube ich also jetzt war also wenn du sie irgendwie speziell triffst und seite unter mir was bremmen sich denn nicht mehr nachher hat sich hat keine energie auf die antriebe gemacht ich wusste gar nicht was das auswirken hat bin das nachladen der 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 wie heißt sie nochmal eclipse in arena commander gut also du jumpst in die station und bist wieder voll geladen wo ist denn die zweite karak eigentlich hin die ist weg dafür hat eine rakete aber hinten meine halben antriebe abgelöst ich habe noch eine hälfte antriebe und jetzt bin ich ganz komisch am manövrieren das müssen wir fertig bringen wir können ja nicht tiere sterben lassen achtung nein ich bin vielleicht platzt ich war noch voll im blackout wann charak rework dass ich waffen vorne habe als captain mit blädzern probiere ich auch mal was gewagtes was gewagtes kommt das mit echten antijump nee das habe ich leider nicht so aber ich bin jetzt erst mal aus ich ich gehe jetzt noch eine runde ins bürz was dann wenn sich was du nee warte mal jetzt willst du hast du schon die aufnahmen von der kursa gemacht nee na warte dann machen wir das jetzt ja dann lassen sie es gut dann kauf ich die noch schnell mit store credits und dann gehen wir rein mach ich auch mal also also ich habe bisher nur den den gelben das mit abständen als besten empfinde die ist durch durch die karak durchgeflogen ja bei mir wird die karak nicht mal mehr angezeigt als tage zumindest so ein scheiß so ein scheiß judy lustig spätestens wenn das nicht erende mal den stream wie gesagt wer bock hat morgen abend noch mal so eine runde aber im da bin ich beim bowling ich meine ich jetzt weg komm her ähm aber dann müssen wir ach fuck dann müssen wir nach hörsten weil ich das wie du bock hast ja weil ich halt in hörsten die skins dann gelagert habe gut viel spaß noch bis zum nächsten mal bis dann important part with regard to cinematic shots the right lighting can take your shots to the next level and really draw your audience in but let's dive right into some of the technical bits in videography as well as in photography we have something called the exposure dry angle on a physical camera we can adjust the shutter speed the aperture and the light sensitivity to get control over the exposure those three elements are automated in star citizen so we don't have the full control over the exposure triangle in this game however that does not mean that we have no influence on it at all through the creative use of light sources from ships quick flares or the environment for example we can illuminate scenes in a targeted manner or of course we can try being super patient and wait for the right time and the sun will do the rest personally i mostly rely on the ambient light that the artist set when creating the world in addition to that the right positioning plays an important role for example you can obtain completely different results if you choose to film your object when when it's frontlit from when it's backlit play with the positions of your character and your ship but also with the direction of your light source use light and shadow to illuminate and underexpose objects note that the game's dynamic exposure always tries to adjust the scene for you so the right position of the light source is very important to achieve your goals as a filmmaker or photographer you can use light sources to isolate objects or characters from its background this also means that if you light it in the opposite way you can blend it into the background hard light often creates hard shadows which leads to higher contrast and more visibility since our brain can then identify an object much more easily soft light leads to a more even image with less contrast and it also evens out the details bottom line don't neglect the right lighting in your shots make creative use of the natural light in the game and use it in ways to add dramatic and cinematic effects to your videos this will help you make your videos even look better so what did we learn today control the lighting of your videos to make more cinematic shots position your light source to create more contrast and to isolate your object from its background over or underexpose your shots to get more interesting scenes or place artificial lights to create your own style well this is it for today i hope that i was able to teach you something new and that you enjoyed watching this video we all know this one guy that makes ugly cinematics right so show him this video or just share it on your discord if you want to support me but more and most important try it for yourself and try to capture some amazing cinematic shots send me your favorite shots if you want some feedback or just join my discord and we can talk about them i'll see you in the next video where we'll talk about the basics of composition so thank you for watching and have a great time